2014 werde ich nochmal nach Tonga fahren, zu den Dicken, dann nach Fidschi, zu den Mitteldicken. Vanuatu, das sind die, die eigentlich fast nichts mehr anhaben, außer dem Ländenschutz und sich so mit Lianen von großen Pfählen stürzen. Dann geht es nach Neukaledonien, sehr französisch. Wundervolles, riesiges Außenrück. Ich bin jetzt drüber geflogen auf dem Weg nach Deutschland. Und dann kommt Australien. Ende des Jahres bin ich in Sydney. Auf all diesen wunderbaren Inseln gibt es eine ganze Menge zu sehen und besucht mich doch mal.